Hallo! Es geht weiter. Erstmal einen halben Brechreiz bekommen. Boah. Wenn ich schon wieder das ganze Wasser sehe. Es ist Abnautica, meine Damen und Herren. Heute Pläne. Sachen zusammenpacken. Ab in die rote Cave-Ebene. Das sind die Hauptpläne für heute. However. Es ist nebenbei noch ein bisschen was passiert. Ich habe mal wieder offscreen ein bisschen weiter nur ein bisschen. Nur ein bisschen weiter gebaut. Und ich finde es gut. Das sind 28, äh 21. Doch, das in 21 gerade da ist. Moin. Die Einwohner schön guten Abend. Ihr habt da mal eine Frage. Und zwar Gucken Sie doch bitte mal auf die derzeit generierte Energie. Und dann sage mir bitte Welche Energie im Spiel hat Priorität? Ich gehe mal davon aus, dass die Solar Panel die höchste Priorität haben, was das mit dem Abbauen angeht. Was kommt als nächstes? Weil es klingt derzeit sehr stark danach als wäre es der Bio-Reaktor. Warum sage ich das? Ähm Ich habe ein bisschen gebaut. Um euch das zu zeigen, was ich gebaut habe, muss ich allerdings in den MS Dildo gehen, weil Gründe. Shut up. Also. Dem geübten Auge wird auffallen, all unsere Nebengeschosse haben jetzt einen zweiten Untersatz. Darunter zählt sowohl das Pflanzenhaus als auch das Lager. Die sind jetzt alle doppeltunig, weil ich brauchte mehr Platz. Ich hatte zu viele lose Sachen, die müssen alle noch befüllt werden. Das ging nicht anders. Zweiteres. Ihr seht vielleicht diese wunderschöne Linie, die hier nach oben geht. Denn meine geübten Augen, während ich am Farmen war, haben etwas gefunden. Und zwar dieses Loch. Mit meinem Wissen aus Subnautica 1 weiß ich, dass das Maximum am Hitze eigentlich so um die 80 Grad sein sollte. 80 Grad ist eigentlich meines Wissens nach das Maximum. Nun, aus einem mir unerklärlichen Grund ist nur diese Hälfte hier, nur die Hälfte, 250. Also, wie kann es sein, dass ich drei 250er Thermal Reaktors habe, aber ich trotzdem nur 0,8 produziere. meine Theorie, es ist der Bioreaktor, der gerade die Energie liefert und die produzieren noch nicht, weil die gerade voll sind. Wir können das ja relativ schnell testen. Das habe ich extra für den Stream aufgehoben und habe es noch nicht offscreen gemacht. weil nach meiner Rechnenweise her, davon ausgehend, dass es wie in Subnautica 1 ist, müsste da eine leicht andere Zahl stehen. Eine leicht andere. So. Adieu, Nuclear Power. Das sieht schon mehr aus, wie eine Zahl, die ich mir vorstelle. Das ist doch eine 750, aber das ist eine 750, die nie runter geht, wenn ich recht habe. in 21, was ist der höchste Energieverbrauch, den man haben kann? also was saugt richtig hart? Also Strom. Was richtig hart saugt, das kann ich dir beantworten, aber ich brauche meine Strom. Wenn ich mich nicht täusche, dürften das Energiezellen sein, die man auflädt. mehr Ionenzellen. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist von dem, was ich kenne, das höchste, was es gibt. Wie kriegt man Ionenzellen sehr schnell leer? Ich frage für einen Freund. 1,6 Jetzt ist es schon voll geladen, wahrscheinlich, ja. Nachbrennermodul und Elektroschocker Spam. Okay. Könnte man machen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier irgendwas ausschöpfen werde, weil davon ausgeht, dass es 1,2 Ich weiß nicht mehr ganz, wie die Rechnung war, aber ich glaube, es war Grad Celsius mal 1,3 minus 30 oder 45 oder 35 40, glaube ich. Es war Gradzahl mal 1,3 minus 40 Keine Garantie. Das war zumindest bei Subnautica 1, glaube ich so. Glaube ich. oder? Ah. Well, was? Sad. Egal. Heute. Operation Basis in der Tiefe und Suche. Wir notieren uns. Chat, schreibt auf. Nein, braucht ihr nicht. Ich glaube, das schafft das Game ja auch. Stimmt, die Sachen können wir uns auch mal bauen, einfach nur, weil ich jetzt die Möglichkeit dazu habe und ich sonst genau weiß, dass ich sie nie bauen werde. Gab es nicht einen Stasis Arm oder so? Nee, egal. Brauche ich alles sowieso nicht. Ein Multipurpose Room. Ein Controller Room. Ein Scanner Room. Ein Nuclear Reactor. So ein Ding. So ein wir nehmen einfach noch sehr viel Titan mit. So. Was brauchen wir? Was haben wir? Was wollen wir? Das sind immer die wichtigen Fragen. Wir haben so ein Moppet, das haben wir noch. So, wir haben so ein Ding noch. Guck mal, können wir uns direkt mal die Propulsion Cannon machen? Wunderbar. Brauche ich die? Äh. Äh. Most likely not, but I have it. Nice. Glaube ich. Ähm. Warte. Ich weiß genau, wo ich mir das hintue. Hier ist der Fabrikator dran. Ja. Hi. Perfekt. Wir haben es dabei. Das reicht erst mal. Das ist genauso wie meine Schulnote. Ich war anwesend. So. Moppet wieder ran. Nee, da war Dingens. Damit können wir das Ding ja schon mal wieder von der Liste runternehmen. Sehr schön. Äh. Glas haben wir noch. Eine Table Coral. Zwei. Fünf. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei. Kabel handeln wir noch vorne. Jaja, für die, äh, für die Prozessoren. Ich rechne gerade von oben nach unten runter. Sechs, zehn, fünf, zehn, elf. Haben wir davon noch einen da? Sechzehn Titan. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreißen, vierzehn, fünfzehn. Sechzehn. Dann machst du mir bitte schon mal so einen. In der Zwischenzeit renne ich nach hier drüben und hole mir zwei Lithium. Ja, noch zwei Lithium und noch zwei Gold. Und eins, zwei, drei, vier von dem. Machen wir bitte eine dicke Box. Super. Hier haben wir noch... Oh. Nun, da habe ich mich verschärzt, wie viel wir noch übrig haben. Da war ich noch zwei Kupfer übrig. Ja, ich habe gedacht, ich habe noch, äh, was im Schrank gehabt. Ich hatte nur eins im Schrank. Schade. Dann brauchen wir natürlich noch zwei mehr. Wirring-Kit eins. Wirring-Kit zwei. Eins, zwei, drei, vier. Prozessor eins. Prozessor zwei. Advanced-Ding eins. Advanced-Ding zwei. Und ich dachte, ich habe oft genug auf das Gold gedrückt. Nein, habe ich anscheinend nicht. Ups. So, das wäre das Bare-Minimum. Und jetzt nehmen wir... mehr mit. Oh, that is interesting. Das geht nicht. Hat sich meine Steuerung zurückgesetzt. Interesting. Das geht nicht. Hat das Game etwa doppelte oder unterschiedliche Tasten für Interaktionen? That is kind of dumb. But okay. So. Äh. Ich nehme mal hier ganz kurz die Beschriftung weg. Ansonsten ist mein Kopf verwirrt. Wenn ich noch einmal escape... Ich spiele schon wieder zu viele unterschiedliche Games, wo Escape aus dem Menü rausgehen ist. Hier ist es Tab. Weil... Of course it is. Every existing game in this universe wants to fuck with me. And has a different control scheme. Because yes. Fuck you too, I guess. So. Das Zeug hatten wir alles dabei. Denken wir nochmal drüber nach. Was brauchen wir denn alles? Das Schlimmste ist, von den Controls her, wenn ich, äh, Satisfactory gespielt habe mit Byte, so, keine Ahnung, 5 oder 6 Stunden am Stück, und dann gehe ich in Destiny rein. Oh boy. Jedes Mal, wenn ich meinen Ult, äh, aus Versehen zünde, oder wenn ich mir eine Granate in die Fresse schmeiße, denke ich mir so, hmm, jetzt ein Jetpack wäre nice. Brennstäbe. Ja, die haben wir dabei, die nehme ich gleich mit. Die haben wir, haben wir schon ein paar drinnen gehabt. Ich überlege gerade noch, was wir sonst noch brauchen könnten. Aber ich habe das Gefühl, wir brauchen, also ich will jetzt auch keine Mega-Basis da unten bauen. Es hält sich in Grenzen. Ein Fabrikator ist eine gute Idee, da hast du recht. Das ist aber schnell gemacht. Den Zeug bauen wir uns dann unten, das muss ich jetzt nicht mitnehmen. Ich werde unten genügend scavengen können. Hm, ja, und das ist Deko-Kram. Ja. Super. Zwei dafür und alles andere ebenfalls, weil ich habe das Gefühl, ich werde sehr viel Titan brauchen. Zwei von dir. Halt. Nicht von dir, sondern von da. Ich würde gerne sehen, wie voll ein Schrank ist, damit ich weiß, aus welchen ich mich rausnehmen muss. Habe ich hier schon was? Heresy. Okay. Weiter machen. Gut, das haben wir dabei. Dann haben wir hier uno dos tres. Das sind nur drei. Eigentlich brauche ich vier. Scheiß drauf. Die Dinger müssen auch mal weg. Ansonsten vergesse ich, dass ich sowas besitze. Brauche ich Iron-Cubes? Hm, who knows? Wir nehmen mal welche mit. Wir nehmen alle mit, wenn ich so drüber nachdenke. Und ein Mad-Kit. Weil. Keine Ahnung. I have space. Nochmal mit Mods. Hm. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich bei dem einen Mal bleiben. Zumindest on stream. Äh, vielleicht werde ich es privat nochmal zocken. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Das werde ich, äh, spontan entscheiden. Ja, ich tue erstmal nur die Dinger da rein. Alles andere lasse ich erstmal an Charakter. Und los geht's. Kann ich von hier aus auf den Inventar zugreifen? Nein, kann ich nicht. Okay. Egal. Dann werden wir halt mal kurz aussteigen müssen. Wo ist mein RepRap-Tool? Da. Ich wollte gerade sagen, irgendwas muss kaputt sein. Es ist immer irgendwas kaputt. So. Zack, zack, zack. Zack. Zack, zack. Bats. Wo ist mein Food-Container? Da. Ja. Norm. Lecker Overheal. Speichern. Ähm. Oh. Tja. Der gute, alte, fette Arsch, ne? Los, los. Ach, ich hoffe, wir hatten einen guten Start in die Woche gehabt. Meine Woche wird halbwegs kurz. Ich hab morgen Urlaub. Ich krieg meine zweite Impfung. Und dann haben wir erstmal Ruhe mit dem ganzen Kram. Ich freu mich. Glaube ich. Und dann ist erstmal Feierabend. Boah. Müdigkeit tickt jetzt schon ein. Das hört sich so groß an. Ist der ein Leviathan-Klass? Hi. Ich sehe, du agierst genauso wie die anderen. Ey. Das Beißen ist okay. Das Schlagen kannst du vergessen. Funktioniert also genauso wie bei dem Shadow Leviathan. Erst wenn er angebissen hat. Wo ist mein Eingang? Da. Ja, ich bin langsam. Ist okay. Ich glaub, wir haben alle verstanden. Ja, was heißt Fehler? Ist ja nur ein bisschen High Integrity. Ich gehe nicht davon aus, dass irgendeines der Monsters es schaffen wird, irgendwas von mir kaputt zu machen. Aber wer weiß. Vielleicht werde ich gesandwiched von zwei gleichzeitig. Could be. Dass ich nicht mal mehr aussteigen kann, weil der andere gerade keine Cooldown-Phase hat, wegen seiner Attack-Phase. Could happen. Could happen. Could happen. Was? Okay. dieses Teil. Dieses Escavation-Ding. Was soll denn das hier eigentlich? Da war einfach nur der Iron Cube drauf, ne? Ich habe weder in diesem Spiel noch ein Subnautica 1. Jemals irgendein Fahrzeug verloren. Außer, wo ich willentlich runtergefahren bin in den Void. Aber ich glaube nicht, dass man das als verloren gelten lassen kann. Das war ein Experiment. Ich glaube, da gibt es einen Unterschied. Da geht es runter. Ja, ja. Komm jetzt auf. Mädel. Ah, ja. Das habe ich auch schon. Pass auf. Das ist offscreen passiert, aber ich weiß, was du meinst. Als ich die zwei Module oder die drei Module an das Modul reingehangen habe, weil ich unterwegs quasi einfach nur ein paar Materialien einsammeln wollte, sind die ineinander reingeklippt. Und haben sich gegenseitig gedamaged. Und ich habe gedacht, eins in meiner Module geht kaputt, aber glücklicherweise hat das Game mehr oder weniger ein Failsafe. Wenn du quasi aus einem Modul aussteigen willst, während eins in dir drinnen ähm klippt, dann werden die zwei Module auseinander gedrückt. Was sehr hilfreich zu wissen war, weil das eine Modul war bei 5% oder so in der Kriterien. So, yeah. Keiner Lucky. Aber wenn Sachen durch Bugs kaputt gehen, zähle ich das sowieso nicht als irgendwas ist kaputt gegangen, sondern als naja, war halt ein Bug. Also what you wanna do. Okay. Jep, Navigation 10. Jaja, also Bugs zählen nicht. Dafür, dafür kann man nichts, wenn durch ein Bug irgendwas kaputt geht. Nur eigenes Unvermögen. Im Sinne von, du hast es halt auf dem Land geparkt oder so. Interessant, dass du noch am Leben bist. Wow, Jürgen. You just gave me a barrel roll. What an idiot. Im normalen sind mehr Sachen. Das habe ich mir schon gedacht, aber ich gehe trotzdem in das Tiefe runter. einfach aus Prinzip. Ups. Sorry. Nein. Ich habe zwar in diesen Caves ja noch ein bisschen gefarmt, aber ich versuche immer außerhalb des Streams mich von sämtlichem Story-Content fernzuhalten. Das hat meistens gut funktioniert, bis auf diese ein, zwei Dialoge, die halt wahrscheinlich zeitlich abgestimmt sind, wo Ellen dann einfach angefangen hat zu reden. Die habe ich dann aber quasi am Anfang des Streams nochmal abgespielt. aber davon mal abgesehen, mache ich keine sorry relevanten Sachen. Ich informiere mich auch nicht über irgendwelche Sachen. ich finde das wahrscheinlich heute oder ich finde es nicht. Je nachdem. Vielleicht will ich auch hier hin. Der Platz hier hat was. Sieht eigentlich echt schön aus hier. Und wir sind quasi direkt unterm much more deep down. Oh nein, oder? Ist hier much more deep down oder ist das so eine so eine Drill Station gewesen? Ah, okay. Das war eine Drill Station. Alles klar. Dieser Beacon ist Fehlernplätze. Hoppala. Wo will ich denn wirklich hin? Ich will zum roten Crystal Dings da. Aber trotzdem vielleicht hier so von der Umgebung her. Hier so zwischen die zwischen den Aufgang hier quasi. Also hier quasi so über dem über diesem Riss. Oder hier quasi direkt in den ja, aber ich glaube ich würde es so machen dass der Multi-Purpose-Raum quasi direkt hier ist. Genau hier wo ich jetzt gestehe. Das hat doch was, oder? Moinli, den wunderschönen guten Abend. How are you doing today? I hope you're feeling extra horny today. Because today is a good day. Oder ich will doch noch runter. Irgendwie haben die roten Kristalle haben was Schöneres. Ich weiß nicht. Ich bin hin und her gerissen. Ja, ja dass es da runter geht habe ich mir schon gedacht. Das sagt mir ja auch mein Marker. Aber trotzdem vielleicht will ich hier außen rum ran. Ich fühle mich gerade vor allem extrem hoch oben. Ah, alles klar. Sie sind gut gelaunt. Das ist gut zu hören. Kann man am Montag ja auch mal machen. Ist ja fast schon Wochenende dann. Ist ja irgendwo Firmal Power die ich hier anschließen könnte. Nö. Nein, es gibt keine es gibt keine großen Nickel Vorkommen. Nickel Vorkommen sind eine Lüge in die Welt gesetzt von der Käseindustrie. Ach, du hast Urlaub. Na dann. Ich habe morgen Urlaub. Und dann habe ich wieder Arbeit aber immer noch Urlaub weil wir alle wissen wie mein Arbeitsleben aussieht. Mein Arbeitsleben? Also, ich mache nicht nichts aber ich verbringe manche Tage fünf Stunden in meinem Büro schlafend. Nein, Spaß. Aber ich habe eine sehr schöne Arbeit. Vor allem muss man sich da nicht komplett jedes Mal durch die Gegend quälen. So. Hier so. Genau hier wo ich gerade stehe. weil ich bin weil ich bin Levi-Fans respawnen nicht, ne? Also auch nicht in dem Spiel hier, oder? Verwechsle ich gerade den einen den ich weggeklatscht habe und der eine der noch existiert. Ja, ja, also wenn der im Weg steht wird der eliminiert aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher welchen von denen ich gekillt habe. Ich dachte das ist der erste gewesen in der Höhle von dem roten Ding. Ich dachte der wäre schon den habe ich schon mal die Tür gezeigt. Hm. Hier so? If killed by a player a Leviathan will not respawn this isn't completely necessary though because they will get the parameter defense upgrade for the C-Truck they're not even a nuisance. That's true! I still want them dead! Es geht nicht darum ob der ein Problem oder eine nervige Sache darstellt oder nicht es geht darum dass er tot ist that's the important thing oder hier auf diesen riesigen roten Kristall drauf direkt hier drauf ich glaube ich setze es hier drauf genau genau hier drauf will ich das glaube setzen weil dann haben wir ist die Alien Basis dann schon in Sichtreichweite ja wäre sie will ich die Alien Basis in Sichtreichweite haben ja vielleicht ihn zuerst weg machen ja er ist gerade sehr nervig ich glaube er muss mal kurz sag mal bist du gerade bist du high bist du bist du willig oder was ist los mit dir gerade der hatte gerade sehr der hatte gerade sehr sehr schnelle Angriffszyklen wo ist mein Wasser da nom und noch eins so später spup wup das ist wie so kennst du diesen Hamster aus 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 die Simpsons hamster sind lernfähig und er rennt weg und dann kommt toller oh ein muffin oh ein muffin oh ein muffin man könnte denken dieser Levi-Fan besteht zu 90% aus Muskeln und 8% Fett und ein glücklich selbst nirgendshin well you know what time is now boys sobald ich die richtige Taste treffe wer da ne man sollte Sachen dem man umbringt keine Namen geben das gehört sich nicht ernsthaft oh komm yeehaa yeehaa alas kariba holy shit bin ich schnell wow boy muss mal kurz warten wow 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 okay wir warten nicht alles klar gut ja da ist schön collision schaden wären dir wenn ich wenn es dir collision damage wie in destiny gäbe wäre ich so tot in mehreren Fällen warte kurz ich muss ganz kurz mein Jetpack aufladen lassen auch gut free damage für mich hi still alive ja 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 wenn ich noch einen abkriege wäre ich aber hier ist schon klar glücklicherweise kann er nicht angreifen wenn er Schaden bekommt da da haben seine biologischen funktionen aufgegeben das ist so sad despacito play country roads das war unsere schweigesekunde wird Zeit die base zu bauen er nimmt alles in den mund was er bekommt das stimmt das ist so ein guter shadow he's still dead arme werter so direkt oben drüber bitte mach es dir nicht schwerer als dieses spiel ach komm oh nö na ok komm oh das äh das funktioniert ok ich wusste nicht dass man die taste dafür braucht ok ja ich habe die tasten etwas umgelegt ähm spoop im alten subnautica hat das gesnappt ja muss noch eins du kannst jetzt zu fuß rumgehen was außerhalb meines pranz gerade und soweit ich weiß gibt es nichts in subnautica 1 noch in subnautica 2 wenn wir der spielphilosophie folgen was dich one shottet dieses dieses wissen könnte deprecated sein und trifft vielleicht nur auf subnautica 1 zu aber meines wissens nach dürfte dich nichts one shotten der seal dragon one shottet dich zu fuß eiche ich glaube nicht kevin hat mich noch nie gewone shotten meines bite player instant kill ernsthaft wow hätte schwören können dass das nicht ist wieder was neues gelernt ey it is flying in the air look at this go well that looks like a piece of fucking shit okay wir steigen nicht nochmal aus dem ding aus während wir auf dem teil drauf stehen was war das gute frage collision oder die shadow levy fins sind jetzt unsichtbar auf jeden fall hat es mir ziemlich genau 50 schaden gemacht wahrscheinlich collision das ist genau in dem moment gekommen wo ich ausgestiegen bin wahrscheinlich irgendwas dummes was jetzt nochmal wenn ich auf dem ding stehe nein bald 75 der shadow levy fin ja dann war es definitiv nicht der shadow levy fin ich habe einfach nur 50 schaden gerade bekommen ich gehe sehr stark davon aus dass es külischen war so übrigens du da du bekommst den da wieder rein und den da wieder raus und jetzt steigst du bitte ein und jetzt steigst du bitte ein danke und bringst mir das dann sch Einen zweiten Bohr-Om. Ja. Hätte ich machen können. Aber glücklicherweise brauche ich das nicht. Ich habe die Zeit ja. Bin ich blind? Ja, bin ich. So. Ja, ja, Inventory. Sehr schön. Da haben wir die Grundstruktur. Sonst müssen wir mal ganz kurz die MS Lümmel nehmen und beide oben parken. So. Come on, man. Sorry. So. Stuff. Ich baue es lieber nochmal hier zusammen, damit ich weiß, was ich brauche. Ba, 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 ba. Scanner. Control. Multipurpose-Raum haben wir bereits. Eingang. Nuclear. Und den Rest machen wir in der zweiten Runde. So. Wo ist was? Danke. Nein. Ja. Da haben wir 8 zu 2 sind 5, 8, 9, 11. Cheers. Das Blei bitte. Das Glas. Das Advanced Warenkit. Das Gold. Und den Kram bitte noch alles. Natürlich fehlt mir jetzt der Plaststeel-Borren. Because I am a genius. Raus. Spoop. Warning. Emergency power only. Oxygen production offline. Yeah. Luckily I only had to hear this very small. Jetzt kommt es mir gerade ein bisschen, äh, hinterher, dass ich die Drehfunktion rausgenommen habe. Und das jetzt habe gegen ein schnelles Aufbrechen von Waren. Äh, beep, boop. Ernsthaft? Ich habe... Ja, ich habe mir den Inventar voll. Sorry. Baupläne. Du da. Raus. Gib mir... Zeug. Random Bullshit. Go. Power restored. All primary systems online. Wie ein Moppet. Schön. Das wummert. Wie viele Teile habe ich gerade im Inventar. Kriege ich noch eine Basis unten drunter, weil das ist doch ein bisschen sehr groß, der Reaktor. Ich habe den kleiner in Erinnerung. Ich habe den Kasten. Tant. Willkommen auf der Seite, Kapitän. Hallo. Spoop. Sehr schön. Hm. Hm? Ich hätte den Eingang gerne ein, zwei da oben. Sehr schön. Damit wir die untere Ebene quasi zum Power generieren, beziehungsweise zum Reinforcen nehmen können. Jetzt habe ich natürlich das Titan, was ich für den... Hm. Hm. Danke. Äh, bub, bub. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Interessant, dass man das überhaupt aufheben kann. Jetzt ist Bauplan weg. This is sad. Was wollte ich bauen? Ach ja. So, kannst du die besser loslösen? I see what you mean. Das habe ich gerade gebaut, CJ. Ja, gut. In welche Richtung? Also, in die Richtung ist das... Oder will ich in die Richtung Ausblick haben? Oder in die Richtung? Oder in die Richtung? Das ist am nächsten dran. Ich glaube, man will das angucken. Also, in die Richtung. Oder? Ja. Gut, dann erst Control Room. Dann Scanner Room. Ja, ich bin auch der Meinung, der Scanner Raum, der passt hier eigentlich viel besser hin. Danke, Spiel. Ich habe die Table Coral Plant nicht genommen. Hurra an mich. Nimm Stuff. So, einmal alles mitnehmen, was ich noch so hatte. Perfecto. Das war die falsche Taste. Danke. Jetzt habe ich nicht auf die Structural Integrity geguckt. Ach, als hätte ich es geplant, Junge. Guckt ihr es an. Ja. Da bin ich. Äh, nicht da. Weil da laufe ich jetzt ja da doch lang, sondern da. Sehr schön. Und das hier ist, ähm. Naja. Wir sind tief in der Höhle drin. Also ist das hier der sogenannte G-Punkt. Ich konnte nicht auf dann drücken. Danke, Spiel. Okay, das fällt doch zu sehr auf. Versuchen wir es rot aussehen zu lassen. Mal gucken. Mal gucken. Serious? Beep, beep, boop, beep. 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 Hallo, Farben. Boop. Apply Shaders. Yes. Base. Volle Sättigung. Volle Kanne rot. Maxima minimale Sättigung. Alles auf rot. Alles auf rot. Wenn das Ding jetzt lila mit gelben Punkten ist, werde ich das Game sofort restarten. Yeah. Okay. Ist, ist, ist okay. Ist okay. Okay. Cut. Cut. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht warum, als wer die Farbpalette des Plays ist. Nur eine Idee. Oder wer weiß, vielleicht sind die Kristalle, die wir da sehen, in Wahrheit auch grün. Aber durch lokale Radiation wird die Lichtkurve der ausgehenden Kristalle so sehr gebrochen, dass es bei uns als rot ankommt. Und die rote Basis wird so in dem Sinne gebrochen, dass es als dunkelgrün aufkommt. Nein. Lux. Normales Beryl, ein heftiges Türkis. Also, wenn mir das Spiel sagt, yo, die Farben hier drinnen werden gebrochen, alles okay. Dann akzeptiere ich das. Dann ist dem so. Aber, wir wissen, dass das hier so hell ist. Wie siehst du aus? Ziemlich hell. Wie siehst du aus? Bläulich. Bläulich-Schwarz. Yo. Bei Copper sieht man es am besten. Okay. I will ask this question once. Excuse me. What the fuck? Also. Habe ich was verpasst? Rot mit Pink. Und knallgelben Pissgel. Okay. Again, are you drunk? I mean, don't get me wrong. It looks gorgeous. How about... Okay. Gehen wir mal davon aus, es sind tatsächlich alle Farben, die wir gerade eingeben, geschiftet. Wenn das jetzt ein helles Rot ist, gehe ich nach Hause. Da. RGB. Volle Kanne Rot. Minus eins. Vielleicht setzen wir es nicht ganz nach oben. So einen halben Millimeter nach drunter. Jo Leute, ich werde gerade von meiner Base verarscht. Das hatte ich ja noch nie. So, wir sind uns einig, dass die gesamte Basis müsste jetzt... Warte. Warte. Wir machen das ja auf voll weiß. Wir sind uns alle einig, die gesamte Basis müsste jetzt stockfinster sein. Naja, komplett schwarz ist das nicht. Naja, komplett schwarz ist das nicht. Und das Licht wird hier irgendwo falsch gebrochen. Ist, ist that a thing that can happen? Ich bin... Ich wollte gerade sagen, ich werde jetzt einfach ein paar Lichter hinbauen, wenn es dann immer noch so aussieht wie in Hause. Ich werde jetzt mal provisorisch einfach hier oben drauf klatschen. In welche Leuchtung leuchten die? Da wo ich hingucke oder da wo die, wo ich herkomme? Ich baue es mal so rum. Wahrscheinlich falsch rum. Ich baue es mal so rum. Ich baue es mal so rum. Ich baue es mal so rum.